Hier spricht wieder Ostra und ich hätte fast vergessen, Tauns heute aufzunehmen, aber nein, alles ist in Ordnung, wir sind wieder da bei Tauns, ihr habt mir immer noch nicht gesagt, wo und ob ihr gerne, wo und ob ich gerne ein Leben in die Bude schaffen soll, es ist wieder ein bisschen mehr Nahrung da, das ist schon mal nicht schlecht und wir wissen, im Untergrund, da lauert fieses Gefieche, viel fieses Gefieche, wollte ich da nochmal so sagen, Junge, 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 Junge. Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen, aber nicht jetzt, jetzt schauen wir erstmal, dass wir ein bisschen mehr hier und da machen können, wir brauchen jetzt unbedingt diese Personalräume, weil die Happiness ist fast auf 20 und das heißt gleichzeitig auch, dass wir versuchen können, wieder neue Bewohner in die Stadt zu kriegen, nachdem ja jetzt ein paar Bewohner das Zeitliche gesegnet haben. So, wir wissen, jede Ebene ist eine eigene Ebene, das heißt, wenn wir jetzt eine Treppe bauen würden, könnten wir sogar oben drüber, ähm, ne, das war doch so. Jede Ebene ist eine eigene Ebene, ich meine ja, da könnten wir jetzt oben drüber nämlich eine neue Zone bauen und wir können so eine Art Mehrfamilienhaus bauen, das fände ich natürlich relativ interessant. So, teilen die sich da die Wand und wir machen es vier mal vier groß für jeden Raum, ja? Okay, vier mal vier für jeden Raum, jetzt kriegt jeder seine eigene Zone, in denen er pennen kann, dann machen wir zwei als Weg und wieder ein vier mal vier Feld. Und so versuchen wir jetzt erstmal ein paar Räume zu bauen. Vier mal vier, sehr gut. Hier ist natürlich niemand benachteiligt. So, jetzt machen wir noch einen weiter nach, ne, wir machen noch einen hier. So, dann kommen da zwei, dann müssen wir hier drei machen. Hm, ich will natürlich, dass jetzt da noch sozusagen ein Gang entsteht. Dann ist das halt so ein bisschen abgewegt, ist nicht so schlimm. Da entstehen nochmal zwei und jetzt ist hier nochmal ein vier mal vierer Platz. Oder ist das noch ein kleineres Zimmer? Ein drei mal drei Zimmer? Nein. So. Da könnten theoretisch hier noch zwei Räume hin und dann könnte man nach oben bauen. Vier mal vier und auch da nochmal. Immer schön dran denken. So. Zwo, vier, sechs. Zwo, vier, sechs. Acht Stück sind schon mal da. Heißt also, theoretisch könnten wir einen Menschen mehr aufnehmen. Da könnte dann Holzweg zum Beispiel hin. Da müssen wir mal gerade gucken, was das kostet. Ein Holz kostet ein Holzweg. Damit wir da nicht auf dem Holzweg sind, ha 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 ha. So, zum Beispiel. Dafür braucht man natürlich auch jede Menge Holz. Hoch, wer stirbt in meiner Nähe? Irgendein Monster ist gestorben, vielleicht eine Kuh oder irgendwas. Spider dies. Interessant. Cow starved to death. Naja, wenn die Kühe sterben, ist auch nicht so schlimm. Huch, war da noch ein Schwein irgendwo. So, essen tun sie genug. Schlafen tun sie jetzt in den eigenen vier Wänden. Das ist doch alles nicht so verkehrt. Jetzt mal eben schauen, ob wir noch weitere Büschchen kriegen. Und wir können wahrscheinlich hier nochmal ein bisschen abharvesten. Klar. Ein Stone haben wir noch. Da hinten haben wir nochmal ein Stone. Perfekt. Da können wir auch da nochmal eben kurzerhand Steinwege zwei Stück legen. Damit das wenigstens jetzt bald mal wenigstens nett aussieht. Da müssen wir noch abmeistern. Und wir können hier noch einen abmeistern. Jawohl. So ist das schön. Da natürlich immer wieder Holz, das nachwächst. Jetzt müssten wir genug Stein haben für diese Sachen. Legt das Brot einfach da auf den Weg. Das ist ja nicht so schlimm. Hauptsache du isst das. Und du hast jetzt... Dir geht es jetzt wieder gut. Geht es dir wieder gut? Fräulein. Fräulein, könnten sie mal bitte... Ähm... Happy in das 21. 100 HP hat sie voll. Attack hat sie voll. Warum hat die so viel Attack? Holy fuck. Warum hat die so viel Attack? Ist ja unglaublich. Auch so viel Attack. Aber kaum noch leben. Und da wäre es halt wichtig, auch ein Hospital zu bauen. Ein Krankenhäuschen. Aber wo das noch hinkommen soll... Ich weiß es einfach nicht. Kriegen wir nicht. Erstmal zumindest. Aber es wäre eine wichtige Zone. Eventuell können wir hier noch so einen Krankenflügel dran machen. Das finde ich ganz cool. Und dann können wir dann da die Dings hoch machen. Die Treppe fürs zweite Geschoss. Und wir brauchen dann natürlich auch einen Medikamentenschrank. Stone, Stone, Wood. Okay, dann müssen wir da also noch... Ne, warte mal. Stopp, 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 stopp. Das muss natürlich auch einigermaßen nett aussehen. Kann ich das nicht drehen? Cancel Order. Diese Order. Ich möchte das gerne drehen können. Delete Hospital. Ne. Mal gucken, dass ich mal durch ein paar Tastenkombinationen... Nein, ich kriege es nicht hin. Create and place item. Ach, das kann man dann drehen, wenn das hergestellt ist, glaube ich. Ich meine mich vage an so etwas erinnern zu können. Wir brauchen nochmal zwei Steine. Da gehen wir aber ein bisschen nach außerhalb. Das sollten wir hier locker packen. So, und weiter geht's. Da den Holzweg machen. Da kann man auch jede Menge Essen abpflücken. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich sogar. Weil Essen ist auch immer nicht schlecht. Da ist noch ein Schweinchen. Hm. Wir bräuchten eigentlich noch mehr Holz. Palm. Palm Tree Bush. Palm Tree Bush. Palm Tree Bush. Palm Tree Bush. Da könnte man theoretisch zwei, drei Palmen mal hinsetzen. Einfach nur damit wir... Palm Tree Bush. Mal eben hier so... Ne, geht nicht. Hummus on Grass. Das ist doch Hummus on Grass, oder nicht? Hummus on Grass. Palm Tree. Hm. Anscheinend nicht. So, die schlafen jetzt in eigenen Häusern. Haben zwar noch keine Betten. Aber wenigstens sind sie schon mal in den eigenen vier Wänden. Oh, da kommt noch der Reststein. Der sehr wichtig ist. Da oben ist noch Gravel und allmöglichen Kladderadatsch zum abmeistern. Hier könnte man noch Harvesten. Hinterher kann ich das alles automatisiert einstellen. Erstmal mache ich es jetzt aber per Hand. Ja, bitte schneller, du Sau. Da vorne wird hier wieder... Der Supervisor ist wieder voll am Start. Der rennt hier schon wieder durch die Gegend. So, man sieht hier ganz klar, dass die Wege sich hundertprozentig lohnen, was es angeht, ähm, zu gehen und zu rennen und zu stehen und zu kneten. Die werden sehr klein, die Räume. Ich hab's gerade gemerkt. Aufgrund von, da muss ja noch Wand hin. Obwohl, die können auch nicht in der Privatsphäre leben, das geht schon. Scheiß drauf. Oder? Wenn ich jetzt hier noch eine Wand ziehe, die Räume werden wirklich sehr klein. Naja, wir gucken mal, was draus wird. So, dann kann ich diesen Kladderadatsch hier noch verschieben. Unlock. Da könnte man das theoretisch wegtragen und da könnte ich es rotieren lassen. Ähm, diese Dame ist, ähm, ein bisschen wenigstens geheilt, aber noch nicht genug geheilt. Dafür müssten wir dann, ähm, worauf ich jetzt den Stein verbraten? Ich hoffe, ähm, das ist schon mal für das Hospital zuständig. Wir haben wieder viel zu fressen. Da bräuchten wir auch langsam Stühle. Ach, für was wir alles brauchen, für Zeug. Drei Betten, sogar im Krankenhaus gründlich stehen die Betten. So, Cupboard. Purple Throne. Stone Table. Stone Chair. Wooden Chair. Ah, ja, ja, ja. Ein Architekturtisch. Da kommt der, ähm, Medizinschrank. Den werde ich jetzt mal drehen. Ähm, Faith, ähm, wenn das Westen ist, ist es natürlich Süden, das Richtige. So, diese Dame kann dann wahrscheinlich mal ins Krankenhaus. Eventuell können wir da auch ein Bett bauen. Ähm, so, was ist, so ein Krankenbett. Das wäre noch eine super Sache. Bevor wir jetzt wieder alles verballern für die Wege. Und es ist halt langsam und gemütlich. Wie es halt immer so ist. Ich könnte sie auch, ich könnte auch hier den Patrolpunkt wegnehmen. Convert to civilian, change to soldier state. Ähm, remove patrol point. So, jetzt steht sie nicht mehr da rum und kann sich ein bisschen bewegen. Assign to guard. Die soll auf jeden Fall verteidigen. Und nicht an einer Stelle stehen. Es wäre nett, wenn wir jetzt schnell an weiteres Holz kommen könnten. Pine Tree Bush. Pine Tree Bush. Das könnten wir doch machen, oder nicht? Pine Trees. So, zack. Mal eben hier so eine, fünf Stück mindestens sollten die locker hinkriegen. Da sind doch mindestens fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, klar. Dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr Bäume hier in unserer Siedlung. Weil es ist ja schrecklich. So. Der Holzboden ist schon soweit ganz gut dabei. Für den Steinbogen fehlt noch ein Stein. Aber auch das ist möglich. Eins, zwei, drei. Da laufen noch ein paar. Ich hoffe, die laufen da nicht in die Falle rein, die Idioten. In diese fleischfressende Pflanze. Oh, Hunger haben sie natürlich auch wieder alle, wie die Bekloppten. Auch das bleibt ja nicht aus. Vier Stück. Da kommt der fünfte. So. Man merkt, umso weniger Leute man hat, umso schleppender ist das Ganze, ja. Happiness Elf. Dann sollten die eventuell nochmal, ähm, do we want to eat this? Ähm, raw fish. Wir bräuchten, wir bräuchten einen Ofen. Oder einen Campfire. Aber wir haben keinen Flint. Ich weiß auch nicht, wo ich Flint herkriege. So, den einen mal abmeistern. Dann können wir eventuell erst ein Bett machen für die, ähm, für das Krankenzimmer. Weil das ist, denke ich mal, das ist die nicht wieder da runtergegangen, oder? In die, in die, äh, in die Höhle da? Ne. Oh Gott, da ist sogar ein Ghost. Ghost of Past Heroes. Healthy. Das ist gut. Ach ja, weil da die Knochen waren von den menschlichen Leichen. Das hatten wir ja in unserem ersten Versuch schon gelernt, dass das nicht unbedingt clever ist. Menschliche Körper, ähm, zu behalten. Ah, da kommt der letzte Stein für den... Für den Rotz. Und schneller arbeiten, du Typ. Was ist los mit dir? Zack, perfekt. Dann haben wir da nämlich auch schon mal fertig. Ich weiß auch da noch nicht, wo da irgendwie eine Tür stehen soll, irgendwann mal. Wiert alle schon. Wofür brauche ich denn Schafe? Äh, Sheep Farm. Ja, das ist alles schön. Container. Ich könnte noch so einen leckeren Essence-Container bauen. Da kann man mir jetzt die ganzen Sachen reinstopfen. Da weiß ich gar nicht, ob ich die Container auch hier drauf bauen kann. Dann braucht man gar nicht so einen großen Slager. Ja, könnte man theoretisch. Perfekt. Aber auch da sind natürlich wieder Ressourcen, die dabei drauf gehen. Ach, ich weiß doch auch nicht. Es ist alles so viel und alles gleichzeitig am besten. Erstmal werden wir nicht angegriffen von irgendwelchen wilden Wedeln. Das ist schon wichtig. Ah, immer dieses. Wir haben so viele Knochen. So viele Knochen. Ich glaube, ich sitze da mal ein Minimum für die Knochen, dass sie, äh, nicht mehr, unter keinen Umständen, ach so, das ist der Burner, dann kann ich die verbrennen. Hey, nicht drauf gehen. Wie wär das? Das ist nur der Burner. Aber ich suche Knochen. Renew Campfire. Da brauchen wir dann also nur Renew Fire. Okay, da brauchen wir alles Mögliche für. Fackeln. Kohle habe ich auch nicht. Ich hab nix. Mir fällt gerade auf, dass ich, äh, nichts habe. Kaktussuppe. Mushroom-Suppe. Hm. Interesting. Äh, wie sieht das jetzt mit dem Fisch aus? Zwei ist das Minimum. Ähm, wir sollten das mal auf vier erhöhen, weil Leute, die angeln, sind meistens glücklich. So wurde mir das auf jeden Fall mal beigebracht bei dem Game. Warum habe ich mir die, warum habe ich mir die Bäume nicht schon vorher geholt, ist die Frage. Hm. Ich war wieder zu sehr mit mir selbst beschäftigt, scheint so. Immer noch ist kein Bett im Krankenhaus und die Dame, die Soldier-Dame. Ach, die Arabella ist da hinten. Wie geht's dir denn so? 900 Leben. Ist irgendwie noch nicht richtig besser. Ähm, ist hier in der Gruppe, in der Gruppe sind noch die beiden Leutchen. Okay, vielleicht soll ich die einfach mal, äh, remove von der Gruppe, damit sie wirklich auch alle Arbeiten erledigen können. Ich denke mal, sonst sind immer zwei Derbe am Rumstehen. Das ist auf jeden Fall die falsche Wahl. Brauche ich für ein Bett, brauche ich für ein Bett, brauche ich für ein Bett Stein oder warum bauen die das nicht? Bone-Bet, Bones, Bones, Bones. Bone-Craving-Bench. Bone-Craving-Bench. Die baue ich mal. Da könnte man wenigstens so geile Bone-Craving-Bench. Wood, Wood-Bone. So, die kommt dann noch da ein. Da können wir wenigstens in Ruhe und zufrieden vernünftige Betten bauen, weil dafür haben wir, denke ich mal, genug Zeug. Und ich weiß nicht, ob es denen dann besser geht oder schlechter geht, wenn die jetzt, ähm, achso, einen Marktplatz wäre auch noch cool. Scheiße, Marktplatz. Ähm. Ah, immer diese Fragen. Ich weiß es nicht. Ich muss mich erst mal um Essen kümmern, bevor ich mich jetzt darum kümmere, sonst würde ich das ja alles abbauen. So, da ist die Wood-Craving-Bench. Am Ende dieser Folge können wir noch ein, äh, Knochenbett bauen. Das werde ich auf jeden Fall mal sehen. Ich hab's nämlich selber noch nie gesehen. Bone-Bet. Für die gute Emeline. Oder? Für wen? Far-Camp. Brom-Hoe. Na komm, die kriegt, die kriegt eins. Die, 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 die scheint, die Dame scheint viel zu schlafen. Äh, Entschuldigung? Wow, der gute Earl. Der Earl ist fast draufgegangen, als die Spiele da rauskrabbelte. Dann müssen wir hier doch mal ein, ähm, Patrol-Punkt legen? Fragezeichen? So, dann wirst du allein nicht decken. Nicht decken, nicht decken, nicht decken, nicht decken, nicht decken, nicht decken, nicht decken. Nein! Lass es. Er gräbt trotzdem. Du kannst ihm nicht, egal, ähm, Patrol-Punkt für sie, dann steht hier, ist es schon mal an der richtigen Stelle. Oh, erst mal ein paar Knochen. Und Holz. Habe ich jetzt gerade nicht. Ah. Ja, kommt doch das Bett. Oh, schick. Echt, echt schick. Die hat sich sogar selbst gebaut. Bone-Bed. Ähm, bringt das irgendwas? Das ist ihr Raum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Räume. Wir haben neun Leute, das heißt, wir müssten eigentlich schon so schnell wie möglich jetzt wieder nach oben bauen. Alles schwierig, aber ich hoffe, die nächste Folge gibt dann etwas mehr. Die Nacht bricht der Reise, das heißt natürlich für uns, das war's mal wieder hier mit Towns. Ich hoffe, die Folge war trotzdem sehr angenehm. Und jetzt haben wir im Wesentlichen schon mal ein paar Räume. Ist auch mal nicht schlecht. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier, wenn es wieder heißt. Hier spricht Ostra. Ciao. 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 Ciao.